El Capitan. Beim ersten Mal raubt dir der Anblick den Atem. Frühmorgens gibt es diesen Bereich, der als erstes von der Sonne angestrahlt wird. Die Dawn Wall. Die Dawn Wall wurde noch nie bezwungen. Bevor Tommy Cornwall auftauchte, hat niemand darüber nachgedacht. Du trittst über die Kante der Welt. Was sich alle fragen, wozu macht ihr das? Ich war ein zerbrechliches Kind. Er krabbelte erst mit über zwei Jahren. Mein Vater dachte wohl, dass er mich am besten auf die Welt vorbereitet, indem er mich abhärtet. Er nahm mich mit auf seine Abenteuer. Einige der verrücktesten Klettertouren. Und erst mit sechs. Mit 14 oder 15 kletterte ich auch Routen, die mein Vater nicht schaffte. Tommy machte sich einen Namen als Kletterer. Und dann kam diese Einladung. Ein Traum wurde wahr. Und es wurde bald so etwas ganz anderes. Da begriffen wir. Wir sind jetzt Geiseln. Nach sechs Tagen, vier jungen Amerikaner befinden sich die ultimate Wahl. Zu töten oder zu töten. Tommy hatte sie alle gerettet. Tommy wurde eine völlig andere Person. Seit Kirgizistan trage ich dieses Feuer in mir. Das war immer meine Art, mit dem Leben umzugehen. Ich konnte nicht da sitzen und nichts tun. Also ging ich allein in die Dawn Wall. Die letzte, noch unbezwungene Wand. Irgendwann spürte ich etwas. Vielleicht könnte man das ja schaffen. Ich brauchte ein Kletterpartner. Kevin war einer der Besten der Welt. Aber nur bis zehn Meter. Alle anderen hielten mich für verrückt. Ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich einlasse. Und dass die Sache sechs Jahre dauern wird. Nur ein Hirngespenst. Und jetzt heißt es nur noch tief durchatmen? Wenn Tommy und Kevin das schaffen, werde das die mit Abstand schwierigste Kletterroute der Welt. Und das geht Tag für Tag so weiter. Plötzlich sah uns die ganze Welt so. Und einer hängt fest. Eigentlich war es das. Ich will dich nicht aufhalten. Ich glaubte nicht mehr daran, dass ich es schaffen konnte. Ich wusste, dass wir zu viel mehr fähig sind, als wir uns vorstellen können.